Das war auch noch so ein Kapitel nach dem Krieg, bei den Bands, die ich in der Lehre war. Die fuhren im Frühjahr und im Herbst, fuhren die noch Göhle in den Kaufen, kriegten die neue Klamotten gekauft und dann wollten die alle Pwaas, wo das gekauft. Und dann muss ich, weil ich jetzt näher kommt, muss ich hier offen in den Hemmsärmelen fallen nähen, damit die Jungen passen werden. Und ebenfalls an dem Kletzinger-Kletzchen, die wollten alle gekauft, dass man in der Mitte, dass man abtrennen konnte, entweder ein Stück rungen oder ein Stück rup. Und im nächsten Jahr, im Frühjahr, muss man das dann wieder rausgelassen.